hallo zusammen ich stelle euch hier das neuste nintendo game and watch spiel vor das super mario brothers das spiel erscheint jetzt im jahr 2020 anlässlich des 35 geburtstag von spiel super mario brothers ja das ist ein game and watch wer das gar nicht kennt game and watch spiele sind lcd spiele von nintendo die zwischen den jahren 1980 und 1991 veröffentlicht wurden das waren über 50 verschiedene lcd spiele je nachdem welche sammlerstücke man dazu zählt sind es sogar 60 oder drüber das war immer nur ein spiel meistens in schwarz weiss gehalten und es ordnete sich danach an man hatte game a game b und den knopf für die zeit die spiele a und b unterschieden sich meistens im schwierigkeitsgrad oder es gab ganz leichte änderungen am spiel selbst bei spiel b ja da kommen wir später noch mal dazu dieses erste game and watch ball erschien eben im jahr 1980 jetzt das neue spiel man sieht schon auf der verpackung kommt natürlich mit farbigem hightech lcd bildschirm daher ja das noch eine originelle packung hier ist super mario drauf aber das ist auf dem plastik aufgedruckt wenn man da die kartonschachtel rausschiebt ja ist da so quasi die aufmachung wie vom ersten game and watch ich mache das video übrigens spontan ohne stativ und ohne skript deshalb mag es ein bisschen seltsam sein in der packung erhält man auch ein ganz kurzes usb kabel um den akku aufzuladen des spiels ja so nicht ein modernes spiel früher waren knopfzellen drin in den alten game and watch und das hier läuft mit einem lithium akku ja ich meine man hat auch das typische steuerkreuz wie man es vom nes kennt nes oder auch von neueren game and watch spielen ja das hat auf der seite den aus ein ausschaltknopf und auch den usb lade port ja man hat im demo modus eine uhrzeit unten läuft ein bisschen super mario geschehen ab jede stunde ändert sich das ein wenig jetzt ist auch nacht man sieht einen sternenhimmel schaltet man das spiel am tag ein ist da natürlich auch tag in der uhrzeit aber wir wollen ja nicht nur die uhrzeit anschauen wir wollen doch spielen gibt auch einen game knopf und hier drauf sind die spiele super mario brothers das erste dann das super mario brothers 2 das lost levels mit dem untertitel und auch das ball weil es natürlich das erste nintendo game and watch spiel war ja starte das hier mal das ist ja eben das übliche spiel das kennt ihr ich starte das jetzt nur kurz es ist eine hervorragende emulation man kann da auch pause machen seine hervorragende emulation ohne ruckeln ohne nichts das läuft erstklassig ist also für super mario brothers fans oder auch game and watch fans und sammler sehr interessant und sehr empfehlenswert ja ich meine was gibt es danach zu sagen ihr müsst einfach noch gut im internet schauen was das spiel oder was da alles eingebaut ist weil die beiliegende anleitung sagt nicht viel aus aber es gibt auch noch versteckte easter eggs oder für leute die super mario brothers mal durchspielen wollen gibt es auch noch hotkeys um unendlich leben zu aktivieren das findet ihr aber ohne lange sucherei selbst im internet ja ist also mit viel liebe gemacht sehr empfehlenswert was ich vielleicht noch vermisse ist da hinten ist es flach ich habe da noch ein altes game and watch von 1988 auch super mario das ist auch super mario brothers damals und diese alten spiele hatten noch diesen bügel wo man das spiel schön aufstellen kann ja aber das macht ja nichts dass das da fehlt wäre schönes feature gewesen ja ich meine wenn man die game and watch so anschaut ist das neueste ein wirklich schönes stück sehr empfehlenswert und ja inzwischen kann man auch sagen ist nicht nur das 35 jubiläum von super mario brothers sondern es ist auch 40 jahre her seit dem ersten game and watch ja viel spaß mit dem spiel wenn ihr es auch kauft ihr solltet aber schnell zugreifen soviel ich weiss ist es limitiert ja